so hallo das sind wieder bei goblins 3 dabei gerade recht in diesem kris kram da die wurzeln zerteppern mit dynamit und allem zeug zack zack so ein zündschnur ein wenig leim und fertig ist das dynamit auch hier mit dem windstein auf den stein hauen mein bambus sollen gehen ich weiß nicht ob ich einfach mehr holen kann bis jetzt mal aus ja ich weiß dass es ein bambus ist ich will noch einen man kann sich nur ein nehmen jetzt reicht das ja auch schon ist ja noch ein backstein da meistens hat man genug dynamit beziehungsweise genug pulver und leim und zündschnur muss ich also die bambusrohre ständig holen gehen da unten so das war es auch schon einmal anzünden und da oben aufwerfen auf den backstein ist denn noch was die mauer ok dann noch die mauer also statisch ist das da nicht möglich glaube ich so ein wenig klein anzünden und auf die mauer werfen jetzt sollte er nicht mehr ein gitter muss das gitter kaputt machen bist du da oben mit seinen gammeligen steinen der alte kris kram also wieder pulver eine zündschnur hallo ach ist schon drin leim drauf und dann anzünden und in das gitter werfen mit dem feuersteinchen auf den kopf und das gitter wird endlich einsichtig hallo und jetzt jetzt hält er den schlüssel da hoch ich muss mit dem reden wo hast du ein schmetterling der hat meinen schatz in einen schmetterling verwandelt wo ist sie wie sein schatz erkennt sie doch gar nicht so müssen wir da weitermachen da habe ich jede menge zeug übersprungen und im fleisch geschmack gehen den löffel der auf dem boden liegt stellt man auf den stein ok 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 dann machen wir es erst ich verstehe jetzt nämlich was was mit dem löffel schon sollte ich verstehe jetzt nämlich was was mit dem löffel schon sollte auf zum riss ok zeitraumgefüge so kriegt man dann direkt das zucker anscheinend ah nice wieder rein in den shoppen nein du sollst da reingehen nicht das zucker stückchen rumwerfen dann sind wir wieder beim riss dann sind wir wieder beim riss und jetzt so ok also der haufe ist auch nie gekommen so ich so ich ich so ich ich so ich so ich die wolken muss ich welchen muss ich fangen okay ich Okay, jetzt haben wir das Gewürz mit Speichel und Paprika. Oh, ich muss erst den Zucker wiederholen. Das ist unfassbar. Ein Line. So. 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 Was haben wir denn hier noch? Ein Sockel. So. Jawohl. So. 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 Hey, lass doch rauf gehen. Die Banknote ist bei Othello, aber er möchte was für seinen Schlüssel. Was möchte er denn? Ah, Mist. Oh mein Gott. Okay. Warum sind die eigentlich alle so groß? Was ist das, Mist? Ich weiß nicht, wo ich jetzt überhaupt noch weiterkomme hier, weil in der Lösung wird jetzt gesagt, dass ich die Ohrhöhle mit der Münze verschließen soll. Und die Münze hat das da oben, der... Ich kann sie entschlüsseln hier und mein Geld zurückverlangen. Er gibt mir meinen IQ nur, wenn ich ihm seinen Schlüssel zurückgebe. IQ? Mach mal jetzt noch. So, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich sei verloren hier. Ich muss nämlich das Ohr verstopfen mit der Münze. So, jetzt ein bisschen Witzfleisch auf die Gabel. Und jetzt ein bisschen... Oh, come on. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Er dankt mir, dass ich ihm sein Gedächtnis gab. Jetzt ist er mir treu. Oh. Wird schlecht. So, nehmen wir jetzt mal das Zeug hier wieder, was ich hier wiederholen kann. Okay, kann ich nichts damit machen, kann ich nichts damit machen. Dann gehen wir mal zurück. Jetzt kann man wahrscheinlich den Drachen da in die Höhle von Motelo schicken. Die Höhle des Othello. Auf geht's. Die Leinen hinauf. Und. Geben mir den Schlüssel. Okay. Boim. Los. Ich schicke mein Drachen da rein. Das ist er weg. Boim. 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 Hey, jetzt ist er weg. Wollt ihn doch wieder vergrößern. Ein Schlüssel! Oh mein, willst du wieder? Ja, du bist so gut! Oh, du bist so gut! Du bist so gut! Der kommt auch grad wieder an der Stelle, da steht man muss dreimal mit dem Capitain sprechen und dann muss man ihm die Bank unternehmen, wie kommt man denn auf sowas? Der könnte mir helfen, aber vorher muss ich seinen Geldschein finden. Das ist ein Brief für seinen Freund, als Händler kennt der Transportmittel. Okay. Ach, zur Stadt. Hey, Entführung! Skandal! Nein! Ist der ein Hebel? Erstmal am Hebel ziehen? Oh! Meine Kugel. Ok, das kriegt jetzt nicht auch so viel. ein junger trieb zum gemüseladen da wurde er ja reingezogen mein vogel ok ein spaghetti der gute mann meint neugierde auch ihre grenzen neugierde auch ihre grenzen ein boa boa ei oh mein schlüssel auch dufte ich muss einen boa boa wachsen lassen und schon hab ich einen helfer schinken das ist sicher eine von den hiesigen spezialitäten höchstwahrscheinlich nein ein tentakelmuster ich will gleich wissen was unten geschehen ist ein knopf ein also es lief Aha, eine Lampe aus Vollmondstein. Die ist aber verriegelt. Wir haben ja einen Schlüssel. Wir heimlichen Güte. Jetzt bekommt der Gemüsehändler mit mir zu tun. Okay, Weltruhe. 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 Huh? Hä? Was ist denn von Shit? Besser so, mein Freund. Untertitelung. BR 2 Eine Hammer? Was soll? Wieso? Das ist deine Lockpfeifen für den Bucassier. Feiner Braten. Ich kann eher den Knopf drücken, da hat er keine Angst vor Spinnen oder so. Doch. Ich habe Angst vor Spinnen. Ich habe Angst vor Spinnen. Ein Tief. Ich habe Angst vor Spinnen. 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 Aber es wird langsam mal wieder Zeit für einen Folgen postet. Es sind schon wieder 25 Minuten. Ich muss mehr auf die Zeit achten. Also danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Bye Bye. Bye Bye. Bye Bye. Bye Bye. Bye Bye.